Okay, jetzt starten wir mal im vierten Kapitel das mit den Überfallsmissionen. Die anderen habe ich glaube ich, soweit ich weiß, so weitestgehend gemacht und die möchte ich ja nicht mehr machen, verstanden? So, dann mache ich die auch hier. Und außerdem wird das auch in die Playlist vom Let's Play kommen, also von der Story. So, werden wir erstmal Ausbruchhilfe verbinden bei der Flucht. So, dann mache ich das mal, ha? Leider gab es da keinen Geschichtstext vorzulesen. Das finde ich scheiße. Das ist immer das Geilste. Oh, die Brücke. Ich bin noch nicht nach Frankreich gekommen, um hier rumzustehen und zu warten. Ich will kämpfen. Ich will den Feind besiegen. Und zu kämpfen. Okay. Nein, ich habe fast... Ich muss da reinschießen. Ah, yes. Gut. Jetzt sind sie. Ja, der ist tot. Die Kiste brennt! Raus hier! Ah, ja. Uh, der ist... Aha. Aha. Alles gut. Ich habe sogar ganz gutes Geil. Aha. Okay. Was explodiert gleich? Was? Wo? Zwei... Was? Wat? Die Karre? Oh. Träck. Nein. Wie soll man das... So schnell hinkriegen? Jetzt... Was? Die schießen auch einem selbst an? Ich dachte... Na gut, das Tor ist runter. Okay. Okay. Okay, das war mal ein etwas kürzeres. Aber es wird noch eine Folge kommen. Direkt danach. Jetzt wollte ich nur noch was sagen. Aber es ist was anderes. Ich zeige... Ich meine, was ich... Ich zeige mal, was ich meine. Mit der Zwei... Ich werde dann diese Tagebücher da vorlesen. Es gibt immer, glaube ich, pro Kampagne, glaube ich, so viel ich weiß, immer ein Tagebucheintrag. Und die werde ich auch noch behandeln. Das kommt in der nächsten Folge. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.